Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Sonja Mayburg von heyfifi.com und heute möchte ich euch ein klein wenig über das Thema Trennungsstress erzählen, also über Hunde, die nicht alleine bleiben können. Man sagt übrigens heute eher Trennungsstress statt wie früher Trennungsangst, weil nicht jeder Hund, der nicht gut alleine bleiben kann, hat tatsächlich Angst, also da verkriecht sich nicht jeder irgendwo in der Ecke und will nichts mehr sehen, nichts mehr hören, sondern die Verhaltensweisen, die wir da sehen, die sind total unterschiedlich und deswegen reden wir heute über Trennungsstress, weil der Hund, wenn er alleine bleibt und dabei Dinge anstellt, die wir eigentlich nicht unbedingt wollen, dann steht er unter Stress, also er ist nicht entspannt. Und wie ihr das üben könnt, wie ihr es überhaupt erkennen könnt, dass das bei eurem Hund der Fall ist und was ihr dann tun könnt, darum geht es in unserem Video heute. Da es zum Thema Trennungsstress immer wieder ganz viele Missverständnisse gibt, möchte ich euch als erstes mal erzählen, was Trennungsstress nicht ist. Und da kommen wir als erstes zum Thema Kontrolletti. Das ist das, was man immer so hört, wenn der Hund nicht gut alleine bleiben kann, wenn er da weint oder jammert oder so was, wenn er alleine ist, dann heißt das, der will dich kontrollieren und das musst du unbedingt unterbinden, weil der darf dann dir auch nicht hinterherlaufen, der darf dann auch nicht jammern, wenn er alleine ist, weil er einfach nur das kontrollieren möchte, was du tust. Der ist der absolute Kontrolletti. Muss man sagen, das ist totaler Quatsch. Jedes Säugetier, also auch wir Menschen, möchte seine Umwelt in irgendeiner Form kontrollieren, einfach damit wir uns darin sicher fühlen. Wenn ich zu Hause sitze und alle fünf Minuten latscht irgendein Unbekannter durch mein Wohnzimmer, würde ich mich vermutlich ziemlich hilflos irgendwann fühlen und sehr, sehr unwohl. Und genauso ist es, wenn ein Hund irgendetwas, wenn er das Gefühl hat, er kann es überhaupt nicht kontrollieren und er ist dem Ganzen hilflos ausgeliefert, dann fühlt er sich natürlich schlecht. Und das hat mit dem Kontrolletti überhaupt gar nichts zu tun, sondern das ist ein ganz völlig normales Verhalten, wie ein Hund auf seine Umwelt reagiert, in der er versucht halt klar zu kommen. Also deswegen bitte habt keine Angst, dass euer Hund irgendwie versuchen wollen würde, euch einzuschränken oder sowas, sondern der reagiert einfach auf eine Situation, die ihm selbst unkontrollierbar erscheint. Also keine Angst vorm Kontrolletti. Was Trennungsstress auch nicht ist, ist eine Form von Dominanzverhalten. Auch das hört man ja ab und zu, dass der Hund dir zeigen will, wer der Boss ist, indem er bellt oder weint, wenn du nicht zu Hause bist. Es gibt mittlerweile eine Menge Studien zum Thema Dominanz, Untersuchungen bei Hunden, Beobachtungen bei Hunden. Wir müssen zu dem Thema noch eine ganze Menge lernen und weiter Hunde beobachten, in welchen Situationen sie sich wie verhalten. Aber ich kann dir eins versichern, bellen und jaulen und Dinge kaputt machen, während du nicht zu Hause bist, gehört absolut nicht zum Dominanzverhalten bei Hunden. Also da musst du dir überhaupt gar keine Sorgen machen, dass ein Hund dir jetzt zeigen will, dass er jetzt der Boss ist, indem er etwas kaputt macht, wenn du nicht zu Hause bist. Also das ist schon ein bisschen arg menschlich gedacht und hat mit Dominanzverhalten überhaupt nichts zu tun. Also auch daher keine Angst vor der Dominanz. Bei Trennungsstress ist es tatsächlich etwas völlig anderes. Und was es auch nicht ist, ist Wut oder Trotz. Also auch das sind ja so Dinge, die man schon öfters mal so mitbekommt, dass wenn dein Hund sich nicht gut verhält, wenn du nicht bei ihm bist, dann heißt es, der ist total sauer und der pieselt dir jetzt rein oder macht dir da einen Haufen mitten ins Wohnzimmer, damit du dich ärgerst, wenn du zurückkommst. Und auch das ist eine extrem vermenschlichte Sicht des Hundes. Man muss sich vorstellen, der ist dann alleine und es geht ihm überhaupt nicht gut dabei. Und wir dichten ihm dann so diesen Gedankengang an, wenn ich jetzt hier einen Haufen hinmache und mein Mensch kommt nach Hause, dann ärgert er sich. Dann habe ich es ihm mal so so richtig, richtig, richtig gezeigt, weil er mich alleine gelassen hat. Also auch das eine extrem, wirklich extrem vermenschlichte Sicht. Also auch da macht euch gerne Gedanken darum, Wut oder Trotz ist Trennungsstress auch nicht. Es spielen natürlich so Emotionen eine Rolle. Also wenn ein Hund alleine ist, da hat sicherlich Angst eine große Rolle mit dabei, Trauer, weil ihr nicht bei ihm seid und da ist sicherlich auch Wut und Frust und sowas mit dabei. Aber so dieses Ding, der macht jetzt einen Haufen ins Wohnzimmer, damit ich mich ärgere, wenn ich nach Hause komme. Also soweit denken Hunde dann doch nicht. Also deswegen auch davor keine Angst. Aus dem, was Trennungsstress nicht ist, ergibt sich dann auch tatsächlich, was bei Trennungsstress nicht so gut hilft. Kommen wir zum einen, was nicht so gut hilft, ist das Thema Flooding. Flooding heißt, ich setze dem Hund dieser Situation, die ihn aufregt, so lange aus und immer und immer und immer wieder, bis er sich hoffentlich irgendwann daran gewöhnt hat und es nicht mehr so schlimm findet. Das würde also heißen, ihr lasst euren Hund alleine, immer und immer und immer wieder in der Hoffnung, dass es ihm irgendwann nichts mehr ausmacht. Das funktioniert in der Regel überhaupt nicht. Im Gegenteil, es geht dem Hund mit der Zeit dann immer schlechter. Er übt dieses unerwünschte Verhalten, zum Beispiel etwas kaputt machen oder jaulen oder sowas, das übt er dann immer und immer und immer wieder ein. Normalerweise ist es so, ihr müsst ja dann theoretisch so lange wegbleiben, bis euer Hund völlig entspannt und gechillt zu Hause ist. Und mal ehrlich, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Wie viele Hunde jammern stundenlang und finden das wirklich so extrem gruselig, wenn sie alleine zu Hause sind, dass sie vielleicht irgendwann vor Erschöpfung aufhören zu bellen, aber gut oder total gechillt oder sowas, geht es ihnen dabei nicht. Also Flooding funktioniert normalerweise nicht. Was auch nicht funktioniert ist, wenn ihr nach Hause kommt und ihr straft euren Hund, wenn ihr seht, dass er etwas angestellt hat, also zum Beispiel reingepieselt hat oder etwas kaputt gemacht hat oder wenn er die ganze Zeit gejault und gebellt hat und die Nachbarn beschweren sich schon und sowas, wenn ihr dann nach Hause kommt und ihr schimpft mit dem Hund, weil ihr so wahnsinnig wütend seid, weil er wieder irgendwas gemacht hat, naja, das verbindet der nicht mehr. Also das ist ja schon viel, viel, viel zu lange her und das ist ja auch ein Verhalten, was er je nachdem gar nicht wirklich willentlich steuern kann. Denn wenn er total aufgeregt ist oder vielleicht tatsächlich Angst hat, wenn er wirklich massiv Stress hat und er baut diesen Stress ab über jaulen oder bellen oder Dinge kaputt machen oder sowas, dann ist das nicht etwas, was er einfach so willentlich unterdrücken kann und deswegen macht das auch überhaupt keinen Sinn, ihn in dem Moment zu strafen. Also nicht eine der Strafregeln, die es gibt, wird in dem Moment eingehalten. Ihr seid eh schon viel zu spät dran. Der Hund steht sowieso unter Stress, kann das überhaupt nicht unbedingt willentlich steuern. Und wenn ihr dann noch nach Hause kommt und dann macht ihr noch ein Riesentheater und sagt, ey, hör mal, so geht das aber nicht und das ist total mies, was du da gemacht hast und ich ärgere mich total und weh, du machst das beim nächsten Mal wieder, dann setzt das euren Hund ja nur noch mehr unter Stress. Also Strafen, wenn ihr nach Hause kommt, hilft normalerweise auch nicht. Was auch nicht so gut hilft sind, Rangordnungsmaßnahmen. Das ergibt sich ja eigentlich schon daraus, dass Trennungsstress mit Dominanz überhaupt nichts zu tun hat. Rangordnungsmaßnahmen wie der darf nicht mehr aufs Sofa oder der darf mir in der Wohnung nicht mehr hinterherlaufen, der muss jetzt die ganze Zeit auf seiner Decke wie kleben bleiben oder ich esse jetzt immer einen Keks, bevor ich ihm was zu fressen gebe oder sowas. Hilft auch nicht. Ist eigentlich auch logisch. Nur weil der Hund jetzt nicht mehr aufs Sofa darf. Woher soll er denn aus dieser Maßnahme heraus wissen, dass er jetzt leise sein soll, wenn ich das Haus verlasse? Das ergibt also so von der Logik her überhaupt keinen Sinn. Es ist auch so, dass diese Rangordnungsmaßnahmen Dinge sind, muss man ganz deutlich sagen, die wir Menschen uns ausgedacht haben, mit denen die Hunde eigentlich so überhaupt nichts anfangen können und aus denen sie auch keine Schlüsse ziehen können. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann schreibt uns einfach und ihr bekommt ein paar Untersuchungen, Links zu Untersuchungen, zu Büchern oder sowas, bei denen ihr euch mit dem Thema ein bisschen beschäftigen könnt. Aber ich kann euch schon mal versichern, es ist völlig egal, ob ihr einen Keks esst, bevor ihr dem Hund was zu fressen gebt oder ob er aufs Sofa darf oder nicht oder ob ihr zuerst durch die Tür geht oder nicht. Mit dem Menschen alleine bleiben hat das nichts zu tun. Manche Leute denken auch, wenn sie einen zweiten Hund dazu holen, dass ihr Hund dann Gesellschaft hat und dass es ihm deswegen nichts mehr ausmacht alleine zu bleiben. Auch da kann ich euch sagen, hilft es nicht unbedingt. Es gibt tatsächlich Hunde, denen ist ein bisschen langweilig, wenn sie alleine sind. Die haben gerne Gesellschaft und die mögen das auch und bleiben dann tatsächlich besser alleine. Aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Denn es kann gut sein, dass der zweite Hund, wenn der da nicht wirklich dran gewöhnt wird oder sowas, auch Probleme entwickelt beim Alleinebleiben. Und dann, naja, dann habt ihr dann hinterher zwei Hunde, die daheim die Bude zerlegen. Wenn ihr nicht da seid, ist vielleicht auch nicht so der Weisheit letzter Schluss. Also einen zweiten Hund dazunehmen, damit der erste alleine bleibt. Keine so wahnsinnig günstige Konstellation. Ab und an kann man auch lesen, dass man den Hund ignorieren soll, wenn man nach Hause kommt, um dem Hund zu zeigen, oh, das ist überhaupt nichts Besonderes. Ob ich nun weg bin oder ob ich nach Hause komme oder sowas, das ist überhaupt nicht schlimm. Das hilft jetzt beim Alleinebleiben, dass er sich unwohl fühlt, wenn er alleine bleibt, auch nicht so wirklich. Denn sein Problem ist ja, dass ihr nicht da seid und sein Problem ist nicht, wenn ihr nach Hause kommt. Es gab auch eine Untersuchung vor ein paar Jahren, die den Oxytocin und den Cortisol-Spiegel gemessen hat bei Hunden. Je nachdem, wie die Person sich verhalten hat, die nach Hause kam. Das heißt, ein Hund wurde alleine gelassen und dann kam die Bezugsperson des Hundes wieder zurück. Und da gab es so drei Szenarien. Entweder hat sie den Hund völlig ignoriert oder kurz angesprochen und dann in Ruhe gelassen oder sich wirklich mit dem Hund beschäftigt, den gestreichelt und sowas. Und anhand dieser Studie konnte man erkennen, dass der Oxytocin-Spiegel, also so nennt es auch so das Wohlfühlhormon im Körper, dass der Pegel recht stark ansteigt und auch über längeren Zeitraum konstant bleibt. Und der Cortisol-Spiegel, also das Stresshormon, dass der geringer wird, auch über einen längeren Zeitraum, wenn sich die Bezugsperson beim Nachhausekommen mit dem Hund beschäftigt. Wenn sie ihn ruhig streichelt, wenn sie ihn beruhigt, wenn sie wieder nach Hause kommt und sowas. Also daran könnt ihr schon erkennen, dass es Quatsch ist, wenn ihr den Hund ignoriert, wenn ihr nach Hause kommt, sondern dass es tatsächlich für den Hund viel besser ist, wenn ihr hingeht und ihn streichelt und euch mit ihm beschäftigt. Und zu guter Letzt, was auch nicht so toll klappt, ist, wenn ihr den Hund immer auslasten wollt, bevor ihr ihn alleine lasst. Das heißt also hier noch die zehn Kilometer Joggingrunde gehen, danach noch ein bisschen Frisbee spielen, noch ein paar Suchspiele machen und dann nochmal irgendwie eine Runde Ball schmeißen, in der Hoffnung, dass der total erschöpft ist, wenn ihr ihn dann alleine lasst. Es gibt Hunde, Ausnahmen gibt es ja immer, bei denen funktioniert das, bei den meisten klappt das nicht. Wenn ihr mal bei euch selbst überlegt, wenn ihr so einen zehn Kilometer Lauf gemacht habt und ihr kommt nach Hause, dann glaube ich, ist es den wenigsten Menschen möglich, sich zu Hause ins Bett zu legen und gleich zu schlafen. Also ich kann das zumindest nicht und die meisten, die ich kenne, können das auch nicht. Das liegt einfach daran, weil der Körper einfach immer noch unter einer gewissen Aufregung steht. Also da ist alles immer noch so auf das Laufen, auf die Erlebnisse und sowas eingestellt und da dauert es einfach, bis man so ein kleines bisschen runterfährt. Das heißt, mit dem Hund laufen zu gehen, Frisbee zu spielen und ihn dann zu Hause einzusperren und zu sagen, jetzt bleibt mal entspannt alleine, klappt oft auch nicht so gut, weil der Hund einfach eine Zeit lang braucht, bis er zur Ruhe kommt. Und wenn ihr dann einfach geht und der ist immer noch total aufgeregt, kann es natürlich sein, dass er sich blöde verhält, weil er nicht weiß, wohin mit seiner Aufregung. Also auch das, keine so wahnsinnig pralle Idee. Wichtig ist auch zu wissen, dass nicht immer, wenn euer Hund sich zu Hause blöd verhält, wenn ihr nicht da sind, dass nicht immer unbedingt reiner Trennungsstress daran schuld sein muss. Es kann natürlich auch gut sein, dass eurem Hund daheim einfach langweilig ist. Ich empfehle immer, eine Kamera aufzustellen zu Hause, um den Hund einfach mal in der Zeit, in der ihr nicht da seid, beobachten zu können. Also wirklich mal über, ich weiß ja nicht, wie lange euer Hund normalerweise alleine bleiben muss, vielleicht eine Stunde oder sowas, mal eine Kamera aufstellen und dann schaut ihr euch das hinterher an. Wenn ihr so das Gefühl habt, der ist eigentlich total gechillt. Das heißt, wenn ihr geht, dann legt er sich irgendwo in eine Kuschelecke auf seine Decke und dann schläft er erstmal eine halbe Stunde und kommt total zur Ruhe und danach merkt ihr, wie er aufsteht und nicht so recht weiß, was er mit sich anfangen soll und dann irgendwie anfängt, sich irgendwas Nettes zu suchen, wie zum Beispiel eine Küchenrolle und anfängt, die ein bisschen zu zerfetzen oder sowas oder eine Socke, die er irgendwo gefunden hat und anfängt darauf herumzukauen, dabei aber eigentlich immer noch total entspannt ist. Dann kann es gut sein, dass ihm schlicht und einfach langweilig ist, wenn ihr nicht da seid. Was ihr in solchen Fällen tun könnt, ist eurem Hund etwas zur Beschäftigung zu geben, während ihr nicht da seid. Wichtig ist natürlich, dass das Dinge sind, die ungefährlich sind, wo eurem Hund nichts passieren kann, wenn er damit allein zu Hause ist. Also da kommen zum Beispiel in Frage, kennt ihr vielleicht diese Kongs? Die kann man von innen füllen. Man muss da sehr stark auf die Größe achten. Wenn er zu klein ist, dann könnte der Hund versuchen, den zu schlucken und wenn er zu groß ist, dann gibt es Hunde, die in diese Kong-Öffnung unten mit dem Unterkiefer reingeraten und dann kriegen die den nicht mehr aus dem Unterkiefer raus. Das ist tatsächlich schon vorgekommen. Also deswegen achtet bitte beim Kong unbedingt auf die richtige Größe. Was auch möglich ist, sind so Leckerlis in Socken rein und die Socke zu binden, dann kann er das was zerfetzen. Oder eine Küchenrolle, wo ein paar Leckerlis drin sind, die man vorne und hinten so abknickt, die kann er kaputt machen. Oder ihr nehmt euch ein Handtuch und wickelt da Goodies drin ein, dann kann euer Hund das Handtuch aufwickeln und kann da ein paar Goodies drin suchen. Einfach so Dinge, mit denen er ruhig sich beschäftigen kann, während ihr nicht da seid. Wichtig bei dieser Angelegenheit ist immer, ihr wisst vielleicht nicht genau, wie euer Hund mit einem neuen Spiel umgeht. Versucht deswegen immer diese Spiele auszuprobieren, während ihr mit dem Hund daheim seid. Das heißt, gebt ihm mal so einen Kong, tut da mal was rein und dann schaut mal, wie reagiert er denn da drauf? Versucht er das ruhig rauszuschlecken, was da drin ist? Oder wird er total rabiat und versucht ihn aufzubeißen und kaputt zu machen und kommt dann halt tatsächlich vielleicht irgendwann die Gefahr, im Unterkiefer hängen zu bleiben? Oder wenn ihr irgendwelche Auspackspiele für ihn bereit macht, zum Beispiel Zeitungen in einer Kiste oder sowas drin mit ein paar Goodies rein, frisst er das Zeitungspapier auf oder versucht er diesen ganzen Karton zu fressen. Das wisst ihr vor allem, wenn ihr mit dabei seid. Und probiert es erstmal in solchen Situationen aus. Wenn er dabei ziemlich ruhig bleibt, wenn er dabei gechillt bleibt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wenn ihm langweilig ist beim Alleinebleiben, dass er sich mit diesen Sachen auch ruhig und gechillt beschäftigen kann. Seid ihr euch nicht sicher? Dann geht ihr besser hin und stellt auch eine Kamera auf, während ihr nicht mit dabei seid, um mal zu gucken, wie ist das, wenn ihr nicht dabei seid? Ist er dann immer noch so ruhig? Kann er da in Ruhe ein bisschen was auseinander pfremeln und die Goodies fressen? Oder ist das Spiel, was ihr da ausgesucht habt für euren Hund, vielleicht nicht so wahnsinnig gut geeignet? Also probiert es vorher. Was auch möglich ist in Sachen Trennungsstress, das ist ganz wichtig. Es kann sein, dass euer Hund plötzlich Trennungsstressanzeichen zeigt, weil er sich unwohl fühlt oder Schmerzen hat. Also Allergien zum Beispiel machen den Körper, man kennt das vielleicht selbst wenn man Heuschnupfen hat, total unruhig und hibbelig und Magenschmerzen, Sorgen dafür, dass der Hund sich nicht wohlfühlt oder er hat wirklich Schmerzen irgendwo im Gelenkapparat oder sowas. Und da kann es gut sein, dass er dann nicht mehr so gut alleine zu Hause bleiben kann. Also das kann sich tatsächlich verändern. Und wenn ihr eine recht plötzliche Veränderung habt, dann lasst euren Hund doch einfach mal durchchecken, denn es kann ja gut sein, dass es tatsächlich einfach daran liegt, dass er sich körperlich unwohl fühlt. Und wenn ihr dieses körperliches Unwohlsein abstellen könnt, dadurch, dass ihr ihn tierärztlich, physiotherapeutisch oder so behandeln lasst, ja dann macht das doch. Und dann ist das Problem normalerweise recht schnell gelöst. Aber abgesehen von Langeweile und Schmerzen oder Unwohlsein, die der Hund hat, gibt es natürlich diesen Trennungsstress. Das heißt, ihr müsst es einfach abgrenzen können. Ist ja total gechillt, wenn er alleine ist. Oder steht er tatsächlich unter Stress? Und da kommen wir natürlich zum Thema, woran erkenne ich das denn? Also es gibt so ein paar Dinge, kommen wir wieder zu der Sache mit der Kamera, die recht gut anzeigen lassen, dass euer Hund ziemlich heftig unter Stress steht. Es ist das, was die Nachbarn dann auch immer sagen, zum Beispiel, er bellt, er jaut, er fiept die ganze Zeit. Ihr verlasst die Wohnung und ein paar Minuten später geht das Gejammer los. Wenn ihr nach Hause kommt und ihr merkt, so feuchte Fußtapsen am Boden, wenn der Hund unter Stress steht, dann kann es eben sein, dass auch die Pfoten feucht werden und dass er dann über den Boden läuft und man sieht diese Fußabdrücke dann daheim. Wenn ihr auch merkt, wenn ihr eine Kamera aufstellt, wenn er besonders stark hechelt, wenn ihr nicht da seid, dann kann das ein Stressanzeichen sein. Es kann natürlich auch sein, dass es einfach 30 Grad hat irgendwo und dass es eben warm ist, aber wenn er normalerweise nicht so stark hechelt und ihr geht aus dem Haus raus und er fängt stark an zu hecheln, kann das ein Zeichen sein für Trennungsstress. Was es auch noch gibt, ist, wenn der Hund im Haus herum geht und Dinge sammelt, die nach euch riechen und die im Körbchen halt verteilt und da irgendwo verbuddelt. Was auch sein kann, ist, dass er eben anfängt, Dinge kaputt zu machen, aus lauter Aufregung heraus. Man hat das auch ziemlich häufig, dass man so an den Türen Kratzspuren findet oder halt gerade da zum Beispiel aufs Sofa, wo der Mensch ganz besonders oft liegt oder sowas, dass der Hund da halt anfängt, Dinge kaputt zu machen. Es gibt auch Hunde, die versuchen tatsächlich durch die Fenster rauszukommen. Also alles, was so Eingangsbereich ist, Fensterbereich ist oder sowas. Wenn ihr da an den Türleisten oder sowas Kratzspuren habt, wenn ihr merkt, der Hund war da dran, der wollte unbedingt raus, dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen für Trennungsstress. Klar kann es natürlich sein, dass auch fünf Minuten vorher die Katze draußen vorbeigegangen ist, dass es mal an der Tür geklingelt hat, dass er sich halt mal aufgeregt hat und dass es deswegen eine Kratzspur gab und deswegen immer meine Empfehlung, stellt unbedingt eine Kamera auf. Trennungsstress muss aber nicht unbedingt mit so starken Lautäußerungen einhergehen. Es kann auch sein, dass euer Hund total still ist und die Nachbarn sagen, ach man hört überhaupt nichts, das ist alles kein Problem. Das ist aber tatsächlich kein Garant. Also es kann einfach gut sein zum Beispiel, wenn ihr eurem Hund einen Kauknochen daheim gebt, einen, den er eigentlich ganz gerne mag oder ein Spielzeug, mit dem man normalerweise gerne spielen spielt und ihr geht raus und das bleibt völlig unangetastet, unangerührt. Euer Hund steht so stark unter Stress, dass er sich damit überhaupt nicht mehr beschäftigen kann. Dann kann das durchaus auch ein Zeichen dafür sein, dass er sich, wenn er alleine ist, dass er sich schlicht und einfach nicht wohl fühlt. Bei einem Hund, der normalerweise stubenrein ist, kann es passieren, dass wenn ihr nicht da seid und er steht unter Stress, dass er euch entweder in die Wohnung pieselt oder einen dicken Haufen reinsetzt. Der kann dann tatsächlich nichts dafür. Das ist, wie ich vorhin schon sagte, kein Trotz. Es ist so, dass wenn ein Hund unter Stress steht, dass zum Beispiel ein Hormon im Körper freigesetzt wird, das dafür sorgt, dass die Nierentätigkeit angeregt wird und dass eigentlich er dann tatsächlich dringend pieseln muss. Und wenn er alleine ist und fühlt sich halt unwohl, dann kann es eben sein, dass dieses Hormon freigesetzt wird und dass er tatsächlich dann pieseln muss. Er kann aber dann in dem Moment nirgendwo hin, denn die Tür ist ja zu. Also macht er in die Wohnung rein. Und aus lauter Stress kann es eben auch passieren, dass euer Hund dann einfach mal tatsächlich einen Haufen machen muss. Und er kann aber nicht aus, also setzt er den in die Wohnung. Das ist natürlich ärgerlich, das verstehe ich total. Aber der Hund kann tatsächlich nichts dafür. Und es kann aber gutes Zeichen dafür sein, dass er, wenn er alleine ist, unter Stress steht. Und dann ganz am Schluss, noch ganz, ganz wichtig, wenn ihr einen Hund habt, der sich zum Beispiel tatsächlich auf die Couch legt oder auch auf seine Decke und der liegt da die ganze Zeit aber total angespannt und schaut zur Tür oder er legt sich gleich in den Flur und schaut die ganze Zeit zur Tür, wo ihr wo bleibt, wo ihr wo bleibt. Dieses angespannte Sitzen oder sowas. Er setzt sich hin oder er legt sich hin, aber er kommt nicht richtig zur Ruhe. Und ihr merkt auch beim kleinsten Geräusch, da geht dann so der Kopf die ganze Zeit hoch und erwartet eigentlich nur darauf, dass ihr nach Hause kommt. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass er sich unwohl fühlt. Also wie schon gesagt, mein Tipp, stellt eine Kamera auf, schaut es euch an, dann könnt ihr schon recht gut einschätzen. Ist es reine Langeweile, weil er sich jetzt irgendwie ein bisschen beschäftigen muss oder ist es tatsächlich handfester Trennungsstress? Ich werde auch immer mal wieder gefragt, warum tritt Trennungsstress eigentlich auf? Warum fällt das den Hunden eigentlich so schwer? Aber mal ehrlich, ist das so unverständlich? Wenn wir zu Hause sind, sind wir diejenigen, die bestimmen, dass der Hund etwas zu fressen bekommt. Wir gehen mit ihm Gassi, das heißt er kriegt irgendwas ganz ganz Tolles von uns, was ihm Spaß macht, wenn er gerne rausgeht, wenn er gerne Freude hat. Wir spielen mit ihm, wir schmusen mit ihm, wir sind der Sozialpartner Nummer eins normalerweise und wenn wir dann weggehen, dann soll er uns nicht vermissen? Also ich meine, wie kurz ist das gedacht? Wir sind so der Quell alles Guten für unseren Hund und wenn wir dann auf einmal nicht mehr da sind, dann soll es ihm total egal sein, damit das halt für uns bequemer ist. Ja, ist eine bequeme Einstellung, aber eher unrealistisch. Trennungsstress ist auch oft ein Zeichen dafür, dass der Hund ein gewisses Erregungsniveau, ein gewisses Stressniveau hat und dieses Stressniveau kann durchaus auch von uns Menschen kommen. Es ist zum Beispiel so, wenn ein Hund einen sehr unregelmäßigen Tagesablauf hat, wo er keine festen Ruhezeiten, keine festen Aktivitätszeiten hat und das wirklich über einen längeren Zeitraum hinweg, dann kann es eben sein, dass der Hundekörper per se mehr unter Stress steht und wenn er dann alleine ist, dass er eben dann nicht automatisch auf Ruhemodus umschaltet, sondern dass er eben immer noch total aufgeregt ist. Ja und dann passieren natürlich so blöde Sachen, weil der Hund nicht weiß, wohin mit seiner Aufregung. Dann fängt er halt an zu bellen und dann fängt er an zu jaulen und dann fängt er an, Sachen kaputt zu machen. Eigentlich völlig normales Verhalten für einen aufgeregten Hund. Und was bei dieser Sache auch noch sehr wichtig ist, wenn ich als Hundehalter recht häufig mit Angst und Schmerzreizen arbeite und der Hund schlecht einschätzen kann, wann kommt das nächste Mal so ein Angst- oder Schmerzreiz oder wenn er sich nicht sicher ist, was er tun kann, um diese Sachen zu vermeiden, auch dann steht ein Hundekörper dauerhaft unter Stress. Und dann kann es sich zum Beispiel auch auf das Alleinebleiben auswirken, weil halt der Körper so eine Grunderregung in dem Moment hat. Und wenn er dann alleine ist, dann kann es eben sein, dass er die eben nicht einfach so abfallen lassen kann, sondern dass er die halt versucht anders irgendwie zu kompensieren und das halt häufig über für uns unerwünschtes Verhalten. Wir Menschen sind wie Hunde auch Gewohnheitstiere. Wir sind tatsächlich am gechilltesten, wenn wir genau wissen, was in den nächsten zehn Minuten passiert und wie der Tag abläuft und sowas. Und das ist halt bei Hunden auch so. Das heißt, dass sie auf Veränderungen, genau wie wir Menschen auch, schon mal sensibel reagieren können. Das heißt, wenn wir umziehen oder wenn wir eine Weile daheim waren und gehen jetzt plötzlich wieder arbeiten und sind ein Teil des Tages nicht da, dann kann es eben sein, dass der Hund darauf mit Trennungsstress reagiert, auch wenn das vorher nie ein großes Thema war. Also achtet immer darauf, wenn ihr Veränderungen oder sowas hervorruft, was das mit eurem Hund macht und ob ihr vielleicht Dinge tun müsst, die ihm ein bisschen helfen, mit diesen Veränderungen besser umzugehen. Das gilt ihm übrigens auch für körperliche Veränderungen. Wenn euer Hund in der Jugendentwicklung ist, dann ist es per se so, dass der Hund schon mal eher ein bisschen unter Strom steht als als Welpe oder als als wirklich erwachsener, ausgewachsener Hund. Und das kann auch beim Hund zu Trennungsstress, also kann beim Hund auch zu Trennungsstress führen. Das Gleiche gilt, wenn euer Hund älter wird, wenn er nicht mehr richtig sieht, wenn er sich vielleicht nicht mehr richtig orientieren kann, wenn er vielleicht dement wird, wenn er Schmerzen bekommt, wenn sich da körperlich etwas verändert. Kann es auch passieren, dass euer Hund sich alleine unwohler fühlt, weil ihr als Sicherheitsfaktor auf einmal dann wegfallt, wenn ihr nicht da seid. Und es kann auch im Alter passieren, dass euer Hund im Alter hingeht und auf einmal Trennungsstress entwickelt. Also es ist kein Garant dafür, wenn er als junger Hund gut alleine bleiben konnte, dass das im Laufe seines Lebens immer so bleibt. Das heißt, man muss tatsächlich immer ein gewisses Augenmerk darauf legen, wie es dem Hund geht und rechtzeitig gegensteuern, wenn ihr merkt, da läuft irgendwie ein kleines bisschen schief. Kommen wir zum wichtigsten Teil des Films, nämlich das, was ihr tun könnt, wenn euer Hund ungern alleine bleibt und unerwünschtes Verhalten zeigt, wenn ihr auf einmal aus dem Haus, ich weiß, geht halt nicht immer. Ihr müsst ja vielleicht euer Geld verdienen und ihr müsst arbeiten. Ihr habt also jetzt einen sicheren Rückzugsort, einen tollen Ruheplatz, der verbunden ist mit Entspannung über einen Duft. Euer Hund weiß, kommt diese Musik, dann kümmert sich keiner um mich und ich kann mich entstanden. Das war es eigentlich schon. Das ist gar nicht so aufwendig, wie sich das jetzt so anhört und das ist auch gar nicht so zeitaufwendig. Einfach weil es das Zusammenleben mit dem Hund viel, viel angenehmer und einfacher macht. Und zwar nicht nur für euch, sondern eben auch für den Hund.